Hier läuft einer, Solo. Knock. Bist du unten? Nee. Hier sind zwei. Nichts getroffen. Oben bei mir. Boah krass. Muss ein Phoenix poppen. Der pusht mich. Oben drauf. Knock. Lass ihn finishen bevor er runter springt. Ja komm. Komm oben raus. Watson ist auch dabei. Ich bin runter gedroppt. Ich komm jetzt hoch. Ja. Great. The ring is close. Less than a minute. Ich hör was close. Doch unten. Die haben sich wieder voll eingebunkert. Wollen wir das wirklich fighten? Oh rechts. Hast du eine Zipline da drüber? Ja. Ja. Hier. Wo denn? Komm runter. One shot. Der ist auch so low. Der ist so low. Oh fuck. Dieses Gas ist wohl nicht. Das geht's doch nicht. Der kann nichts mehr haben. Ich glaube nicht. Oh. Du hvisißt den Ball sterben? prophyl ab Nearen. Polaklen. Oh no. Dann haben wir noch einen Knopf. kannst du da du hast aber nicht da reingelegt brennt 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 ultra low brennt oh scheiße ist deine traps wenn du ihn links rum siehst Nein! Low by low! Nein! Was ist da noch hier? Leute! Ohohoho Nee, ich hab die nicht gesehen Die Runde ist auf jeden Fall gut zum wach bleiben Oh ja, der Spot ist nice Da? Ich würd mich jetzt erstmal Nö, aber ich würd sie zurück halten Close, close, hier unten, direkt an der Kante Ich bin schon Low Nee, die sind auch wieder richtig gut Äh, bitte Gas Traps hier überall hinstellen Boah, der ist broken Ja, nicht pushen Wie sie da sitzen, ey Wie sie da sitzen, ey Headshot, Headshot auf den vornen Ja, hier unten Ja, hier unten vorn Einer noch Welcher? Der rechte, der Ja Ja, perfekt Ja, die Lifeline läuft rechts Ich pushe den vorne Ja, dann los Wir alle drei pushen Wer hat hinter sich? Ja, wir müssen die jetzt pushen, ne? Der Reds Ja, wir haben noch kurz Zeit Ja Aber einer hat überlebt Ja, ja Ja, jetzt Ohne spielen Ja, ich kann eine Zipline da hoch machen Hier hin? Ja, nice Ja, ah, die sind wieder zurück aufs Haus geportet Da unten noch Deckung Na, dann müssen wir jetzt halt irgendwie überleben Ja, aber jetzt haben wir uns zumindest verpisst Ja, würd ich auch sagen Ja Aufs Dach, oder? Jaja, und zwar ganz schnell Boah, geil Die Zone küsst uns Einer unten passt One-Shot Dann Ja, dann Check den mal ab Oh, springt runter hier Ja, das sind mehrere Das sind mehrere Ja, die sind auf jeden Fall bei uns Kannst du noch eine Falle an den Zip stellen? Stell Gas gegen Stell Gas gegen Hier ist noch ein neues Purple Shield Immer schön zugasen Ja, ich will nur noch Gasen Ja, jetzt Lass Wahrscheinlich alles noch Voll-Teams Ein Team ist auf jeden Fall voll 47. Ja, sucht euch ein Headshot-Angle, geht nicht ins Fett-Maus. So viel zum Headshot-Angle. Ah, dein Schild blockt mich. Ja, ich bin locked, aber ich bin safe, weißt du? Ja, die anderen kommen halt. Kann runterspringen, oder soll ich bleiben? Ne, bleib mal. Ich hab keine Drohne. Hier. Hab den. Ich hab safe jetzt. Buscht mich. Nein, er hat mich in der Luft schon wieder... Nicht runtergehen, nicht runtergehen. Ja, mach. Der hat ein Goldschild, der hat ein Goldschild. Ja, ich glaub wir haben... Boah, geil. Nice. Sie haben uns wieder alle gepusht, Mann. Das war so knapp. Das wäre so unfair gewesen. Wir hatten wieder dieses Dach eigentlich so gut im Griff und trotzdem kommen sie alle zu uns. Ja, nice.